. Manchmal vergesse ich, wie sehr ich dieses Kaff hasse. Du willst weg? Du nicht. Was habt ihr denn? Geh weg da! Nie wüsste, was sie für ein verzogenes Scheißkind hat. Der Mutti ist doch scheißegal, was für verzogene Dreckskinder sie hat. Wir müssen irgendwas tun. Ja. Du bist ein guter Kerl. Du bleibst ein guter Kerl. Du bleibst ein guter Kerl. Dann los, sprich mit mir! Kaumär. Wusstest du das? Wusstest du das? Ist es nicht das, was du wolltest? Wusstest du das?